Ich sehe dich gleich in der Karte. Ja. Ich sehe dich gleich in der Karte. Also Gamepage-Steuerung beim Shooter ist immer echt... Man klettert da so ein bisschen an einem Seil hoch und dann gehen halt so ein paar Fenster auf. Da muss man auf ein paar Leute schießen und es hat nicht gut geklappt. Nee, überhaupt nicht bei mir. Aber später hat es dann besser geklappt, als du dann zwei Waffen in der Hand hattest, nicht nur eine. Dann ging es besser. Aber ich fand es schwierig. Ich fand es sehr geil. Ich habe aber auch auf Pussy gespielt. Also ich stehe auf Environment und so und habe jetzt mal geguckt. Ich zocke gerade aktuell tatsächlich nochmal Doom 1. Und da sind ja die gleichen Leute. Und das sind ja jetzt zehn Jahre inzwischen. Ah, ist der Hammer. Also Grafik holt mich extrem ab. Ja, also das ist wieder die IT-Engine, wie wir erfahren haben. Man muss es IT sagen, man darf nicht ID sagen. Ist aber die IT-Engine und das sieht eigentlich ganz fein aus, muss ich sagen. Hatte zerstörbare Elemente. Also wenn die Leute auf uns geschossen haben, sind auch die Säulen zersprungen. Man hatte so eine schöne Gatling gleich am Anfang. Hast du auch noch gefunden? Ja, ja, ja. Vielleicht kurz zu der Story. Also es ist so, dass man... Was ist das am Anfang? 1949? Ne, das muss früher sein. Nein, das hat er uns ja gerade gesagt. Später ist es dann 1960. Oder es ist mitten im Zweiten Weltkrieg. Nein, auf jeden Fall. Wir sind mitten im Zweiten Weltkrieg und dann kämpfen gegen irgend so einen Endboss und wird dann in die Zukunft versetzt. Also man wird dann ohnmächtig, beziehungsweise geht ins Koma und wacht in der Zukunft wieder auf. 1960 und die Nazis haben den Krieg gewonnen und dann bildet man als Amerikaner eine Resistance heraus, eine Untergrundorganisation, die gegen die Nazis kämpft. Und das wollte Bethesda unbedingt anmerken. Es ist ein Anti-Nazi-Spiel. Es ist gegen Nazis. Man tötet Nazis und die markanten Sprüche im Spiel sind wirklich auch zahlreich vorhanden. Ja, Roboter. 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 Die Nazis haben wohl irgendwelche Mechs gebaut, mit denen sie dann gegen die Untergrundorganisation kämpfen. Gegen uns! Ich finde auch wieder großartig, wie die Amis die Deutschen nachmachen. Super. Geil. Wie gefällt das? Habt ihr noch den Sauerkraut, beziehungsweise die Würstchen gesehen auf dem Teller, die man essen konnte? Stimmt, ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe es so schnell gegessen. Ich meinte, es waren so Würstchen und so Kartoffeln. Ich habe auch das Wort Kraut kam durchaus mal vor. The Krauts. Naja, aber interessant und erinnert so ein bisschen auf jeden Fall nostalgisch an Wolfenstein und Wolfenstein in dem Territory und was auch immer. Ist das jetzt eigentlich vom Idnex? Also dürfen wir Wolfenstein sagen? Ja, wahrscheinlich schon. Wenn das hier läuft. Ihr habt übrigens Hakenkreuze gesehen tatsächlich. Wie, wir haben keine Hakenkreuze gesehen? Doch, wir haben Hakenkreuze gesehen. Also wahrscheinlich nicht in der endgültigen Fassung, schätze ich mal. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe welche gesehen. Ich habe welche gesehen. Ja, dann würde ich sagen, geht einfach mal weiter zum nächsten. Nicht Shooter, sondern ich würde sagen, Fantasy-RPG-Rollenspiel-Online-Multiplayer-Wahnsinn. Bis gleich. Bis gleich.